An diesem Wochenende sind Sie auf den deutschen Autobahnen fast staufrei unterwegs. Zu Behinderungen kommt es bestenfalls an den wenigen Baustellen und den Berufsverkehr der Ballungsräume. Mit Baustellen müssen Sie rechnen auf der Strecke von Köln über Osnabrück bis Bremen und auf der A2 von Dortmund bis nach Hannover. Außerdem befinden sich noch Baustellen auf der A7 ab Kassel bis rauf nach Flensburg. Dazu kann es auf der A9, auf dem Teilstück zwischen Nürnberg und Halle Leipzig, zu Behinderungen kommen. Staus kann es auch noch geben zwischen Würzburg und Oberhausen und auf der A5 ab Karlsruhe bis rüber nach Darmstadt. An einigen Baustellen können Sie auch zwischen Kaiserslautern und Mannheim stehen. Schließlich ist die A8 von Karlsruhe über Stuttgart bis München betroffen. Auch im benachbarten Ausland sind die Hauptdurchzugsrouten weitestgehend ohne Stau. Nur Baustellen und das Wetter können Stau-Risikofaktoren sein. Auf alle Fälle sollten Sie ab jetzt mit Winter- oder Ganzjahresreifen unterwegs sein. Im Ausland drohen bei Verstößen teilweise empfindliche Strafen. Wer bei winterlichen Verhältnissen auf Deutschlands Straßen ohne die korrekte Bereifung unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld von mindestens 60 Euro und einem Punkt in Flensburg. Schauen Sie nach vorne. Kommen Sie gut an!